Ok, wir beenden mit ihm erstmal den Zug. Der und danach der. Ok, dich habe ich aufgestoßen. Ok, wie mache ich das am besten? Dankeschön. Ok, wie... Am besten würde ich sagen... So. Zug beenden. Ich will jetzt nicht mit Feuer fangen. Nicht, dass die am Ende auch Feuer fängt. Ich kenne mein Glück. Da muss ich aufpassen. Wenn die Feuer fängt, bin ich echt... ...erledigt. Zack. Ok. Ok, jetzt sind meine... Oh Gott, angespornt. Eigentlich war das dumm. Ok. 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 Nach hinein. Ok. Perfekt. Oh, mit... Oh schon. Noch ein. Passt. Ok. Erledigt. Auch erledigt. Ok. Ok, das ist jetzt. Die sollen mich angreifen. Deswegen... Sie greifen... Oh. Ja, mit denen finde ich das am besten. Also, die Szene, wo... Wenn die Assassinen angreifen... Finde ich wirklich... Sieht da am coolsten aus. Ok, was ich sagen wollte. Ich warte, bis sie einen von meinen angreift. Aber wenn ich es andersrum mache, bringe ich sie nach oben. Ok, perfekt. Ok. Ah, definitiv. Nein, 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 nein. Ok, ok. Das war in Ordnung. Mit Crit und Erfolgsquote 100%. Ok, das hat ja perfekt funktioniert. Ah, gut zu wissen. Aber ich habe es zum Glück auch so geschafft. Zweit... Handachs der Bruderschaft. Ja, wir nehmen es mal mit. Wir reparieren. Ok. Ja, wir sind gesucht. Ok, wir müssen uns ausruhen. Kann ich irgendwie mit der reden? Nein. Ja. Ok, definitiv anheften. Ok. Gar keine Gefahr haben wir. Das ist gut. Nebenbei, wenn ich das zweimal zu essen gebe, sind das dann um 20% erhöht? Ich teste das mal. Das würde mich jetzt interessieren. Ob das so stapelbar ist. Ich kann mit dir anscheinend immer noch nicht reden. Durch solchen Dreck warten, um so wenig zu finden. Wir vergeuden unserer Zeit mit diesem Rattennest. Es muss doch einen einfachen und weniger ekelhaften Weg geben, reich zu werden. Bevor die Rattennester möglichst sorgfältig zu säubern. Okay, aber es ist ein einmaliges Ding. Was gibt's noch? Sonst nur Minus. Okay. Definitiv stehen. Was? Das kann ich beim Banner auch? Nein. Das ist wahrscheinlich das Letzte, was ich noch nicht hab. Nein. Ja, ich bin ja bei der Flagge, aber nein. Leider nicht. Okay. Das doof ist, muss ich jetzt? Ja, so wie es aussieht, muss ich. Auch wenn ich das eigentlich nicht will. Ja, leider. Oh Gott. Oh, da sind noch ein paar von meinen Freunden. Ich hab wie viel von denen? Sechs Stück. Okay, definitiv kämpfe ich gegen die. Für die Ausrüstung brauche ich ganz viele von den Ledern. Okay. Okay, du kannst hier hoch. Die drei, wenn's geht. Du die. Du die beiden. Und du hier. Okay. Okay. Ich hab' hier den. Ja doch, ich mach' das so. Schade, ich dachte vielleicht, das eine an den Grit. Ich sollte alle drei treffen können. Nur nicht gleichzeitig, aber schade. Zack. Und noch einmal. Und noch einer tot. Und noch einer tot. Und noch einer tot. So. Jetzt sind es nur noch die zwei. draufhauen. Ja, das sollte er auch ohne schaffen. Hoffe ich. Ja genau, ich hab' hier noch das Pferd. Ja genau, ich hab' hier noch das Pferd. Sehr gut. Komm schon. Okay. Okay, das ist übel. Ah, 100%. Okay. Huh. Nochmal Glück gehabt. Okay, ich probier das jetzt mal aus mit den Geisterkadavern. Nein. Nein. Leider nicht. Aber Nahrung. Und. Nein, ich hab' nur einen lila Punkt. Nein, ich hab' nur einen lila Punkt. Der andere lila Punkt ist für die andere Region. Die hab' ich versehentlich freigeschaltet. Also ich hab' nur dieses eine. Ja. Wenn ich... Kann's versuchen mit der Burg Warnheim. Aber ich glaub' nicht, dass das was wird. Ich hab' ja nur diesen einen lila Punkt. Aber ich hab' ja nur diesen einen lila Punkt. Okay, doch, ich kann mit dem reden. Aber es wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Also dazu muss ich sagen, das ist ein Bug. Also das ist definitiv ein Bug. Aber ich bin froh, dass... ...gesagt worden ist. Ich weiß, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Nein, doch nicht? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Der war doch grad lila. Naja, egal. Okay, dann gehen wir doch zu dem anderen. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich die wirklich abgeben muss. Das wär' so'n trauriges Ende. Ja. Okay, lad auf. Hier muss ich jetzt echt... Echt mit denen einfach reden? Ich mein' okay, ich ruh' mich noch einmal vorher aus. Boah, bevor ich mich ganz ausruhe. Okay, einmal rennen. Zusätzliche Nahrung. Zack, 10% Durchschnitt. Ich muss sagen, seit ich das Spiel angefangen habe, musste ich noch nie nachgucken... ...wurde ich noch nie während der Rast überfallen. Sehr gut. Okay, und jetzt ist das lila nicht dran. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Ich kann immer noch nicht upgraden. Hier fehlt halt wirklich Holz. Ich hab' hier ja wirklich ein... ...enormes Holzmangelproblem. Ja, wie gesagt, ich... ...will ihr die gar nicht abgeben. Sieh mal an, was haben wir denn hier? Hier. Okay, muss ich das jetzt echt machen? Ja. Ich hab' keine Wahl. Ach, komm' schon. Ach, komm' schon. Ja, übergeben. Was haben wir hier bekommen? Ah, das ist sehr ärgerlich. Ich wollte das gar nicht machen. Ja, okay. Well, well. Was haben wir hier bekommen? Ich will das. Oh Gott. Ich weiß, Story-Mission, ich kann's nicht ändern, aber es ärgert mich. Ja. Dann bin ich der Böse und geb' sie ab. Well, well. Euch anzuhören war die richtige Entscheidung. Diese Frau hat sehr viel Ärger verursacht, aber dank euch ist jetzt meine Gefangene. Bitte nimm diese Belohnung an die Dankbarkeit der ehrenwerten Familie Ad Al-Saar an. Wie kannst du dir sonst wohin? Ehrlich? Ich will deine Dankbarkeit nicht. Ich mag dich nicht. Oh, noch ein Ding und dann ist das auch auf Stufe 7. Was sehr gut ist. Weil dann kriege ich da eine neue Fähigkeit. Ich wüsste gern, was bei Wissen die neue Fähigkeit ist. Ja, ich mein, speichern bringt auch nichts. Ich hatte ja keine andere Wahl. Oh ja, wir haben die Provinz Vertrus abgeschlossen. Okay, er hätte es von der Wache erwischen lassen, wäre vielleicht eine Option gewesen. Aber egal. Ich bin einer, wenn ich es einmal gemacht habe, dann ziehe ich es auch durch. Okay. Jetzt ist die Frage, meine Lieben. Welches Gebiet wollen wir machen? Wollen wir nach Gossenburg? Wollen wir nach Al-Azhar? Wir können nach Wermist. Nein, wir können nach Harak. Also hier hatten wir noch so ein geheimes Ding. Altes Berg. Das war auch noch ein Weg, wo wir lang können. Oder wir können nach Edoran. Einer von denen ist unser neues... Hoppala. Einer von den ganzen ist das neue. Ich würde sagen, Edoran war glaube ich Kriegsgebiet. Ich glaube, das ist eher so ein Endgame. Hier, das Gossenburg hat sich friedlich angehört, weil da konnte ich ja mit dem Zoll einfach durch. Deswegen denke ich, dass Gossenburg richtig friedlich ist. Nach Harak. Al-Azhar. Hm. Wo möchte ich hin? Okay, Kriegsgebiet wahrscheinlich erst gegen Ende. Da hat er eh gesagt, dass es super schwer ist, also lasse ich das auch erstmal. So entweder von einem... Das könnte zusammenhängen, also lasse ich das eher auch. Die Frage ist halt, ich weiß halt nicht, welche dieser Gebiete schwere Gebiete sind oder nicht. Auf was hättet ihr denn mehr Lust? Wollt ihr mehr Gossenburg oder mehr Al-Azhar? Irgendwelche Vorschläge? Was ihr gerade lieber sehen würdet? Melfe heißt, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Okay, dann seid ihr zwei für... Für Edorak. Edoran. Ja okay, dann gehen wir nach Edoran. Okay, dann ist es entschlossen, dann gehen wir nach Edoran. Auf nach Edoran. Ja okay, das war die Verlobte. Ah. Wie gesagt, das ärgert mich jetzt, dass ich nur diese eine einzige Chance hatte. Dass ich dir jetzt der Bösen ausliefern musste. Das ärgert mich ein bisschen. Aber nebenbei... Das finde ich ein bisschen komisch, weil... Hier ist angeschlossen. Und hier ist nur 100%. Ich frage mich, ob da noch was kommt später. Oder ob das jetzt irgendeinen anderen Grund hat. Na ja, wir gehen auf jeden Fall weiter. Edoran. Das wird erstmal ein langer Weg. Ich muss erstmal hier hin. Dann hier... Dann gehen wir kurz hier vorbei. Und dann gehen wir hier rein. Obwohl... Ich bin doch eh ein Verbrecher. Was passiert, wenn ich jetzt im Trainingsgelände der Bruderschaft erscheine? Also das probiere ich mal aus. Okay. Okay. Ja... Doch, hier. Wir haben doch noch eine Mission bekommen von denen. Ich wusste, da kommt noch was. Okay. Dann machen wir erst das. Und dann gehen wir nach. Edoran. Wir haben nämlich noch eine Mission bekommen. Und ja. Shadowghost so früh wie du aufstehen musst. Würde ich dir auf jeden Fall das auch empfehlen. Sonst wirst du auf der Arbeit echt tot sein. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Ich wende mich an euch Söldner, da ich weder die Waffen noch die Bruderschaft mit dieser Mission betrauen kann. Eine alzarische Prinzessin zu verhaften ist gefährlich. Niemand hat so etwas jemals gewagt. Alles, was sie von der fährten Leser Rose und Joran erfahren haben, deutet auf Brunhilde Art Alasa hin. Sie hat Wertruß vergiftet, um mich teuer für das Gegenmittel bezahlen zu lassen. Korenas Entführung ist der Schlüssel zu diesem ganzen Schlamassel. Ohne sie bin ich frei. Nach dem Gesetz des allsehenden Auges eine andere Frau Brunhildes Tochter zu ihr.